Als Mentorin möchte ich natürlich meinen Immobilienmaklern, meinen Coaches, meinen YouTube-Zuschauern optimale Tipps und Tricks geben für ethisches Handeln und dafür sorgen, dass wir auch weiterhin aktiv sind, wenn es um das Thema geht, Immobilienmakler müssen wertgeschätzt werden für ihre Leistungen, weil einfach in der Vergangenheit die Berichterstattung über Immobilienmakler so schlecht war. Immobilienmakler werden als die reichen Schweine im Fernsehen gezeigt, die für ihr Geld einfach nur den Schlüssel rumdrehen müssen und dafür eine horrende Provision bekommen und als Abzocker dargestellt werden. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich tagtäglich in die Öffentlichkeit gehe, auf Instagram, hier auf YouTube, um zu zeigen, dass ein Immobilienmakler, eine Maklerin weitaus mehr tut und richtig, richtig viel reinbuttert in einen einzigen Kaufvertragsabschluss. Also lasst uns da weiter richtig Gas geben und in diesem Video möchte ich einfach nochmal so ein paar Tipps loswerden rund um das Thema ethisches Handeln, damit wir auch weiterhin positive Propaganda für Makler und Maklerinnen durchziehen. Was heißt eigentlich ethisches Handeln? Dafür habe ich mal gegoogelt und ich übersetze mal. Ethisches Handeln ist ein bewusstes Verhalten, das die Normen respektiert und wertvolle Ziele anstrebt. Ethik ist die methodisch-kritische Reflexion des menschlichen Handelns, sofern dieses nach Gut und Böse unterschieden und beurteilt wird. Ja, und als nächstes klären wir mal, warum ethisches Handeln für Immobilienmakler und Maklerinnen eigentlich so wichtig ist. Ich hatte jetzt letzte Woche die Situation, dass einer meiner Kunden mich angesprochen hat und hat darüber geredet, wie sein Vater über mich denkt. Und sein Vater ist genauso Kunde wie auch sein Sohn. Und dann hat er mir erzählt, dass er an mir äußerst schätzt, dass er die Generation, meine Generation jetzt ganz anders sehen kann, positiv sehen kann und auch die Branche positiver bewertet, weil er einfach bei mir gemerkt hat, im Laufe jetzt der Zusammenarbeit, dass ich ethisch korrekt handel, dass ich die richtigen Werte mitbringe, dass ich die richtige Einstellung habe zur Arbeit, zum Erfolg, zum Miteinanderarbeiten, wie man miteinander kommuniziert, dass man Fehler einsteht, wenn man welche macht. Und das ist, denke ich, etwas, was ihr euch mitnehmen solltet, dass man ethisch korrekt handelt, um auch Vertrauen zu schaffen auf der Kundenseite. Denn wenn ihr Vertrauen schafft, wird das automatisch verursachen, dass Menschen gerne mit euch zusammenarbeiten. Ihr braucht dann nicht mehr dieses ganze Verkaufen und Akquirieren und so weiter. Die Leute werden von sich aus auf dich zukommen. Sie werden von sich aus dich und deine Dienstleistung weiterempfehlen. Und genauso ist es aber im Umkehrschluss. Wenn du nicht ethisch korrekt handelst, wenn du die falschen Werte an den Tag legst, wenn du die falschen Dinge tust, dann wird es genauso gegen dich verwendet. Dann passiert folgendes. Dann gibt es gegen dich schlechte Mundpropaganda. Dann wird schlecht von dir geredet. Du wirst schlecht bewertet in den Portalen. Und das Ganze sorgt dafür, dass du es unwahrscheinlich schwer hast. Selbst wenn dich jemand bisher nicht kannte und dann im Internet nach dir googelt, dann die negativen Bewertungen und Kommentare liest, spätestens dann hast du das größte Problem, diesen Kunden als Neukunden zu generieren, mit dem du auch Geschäft machst. Und genau aus dem Grund ist es ganz wichtig, dir aus dieser Geschichte mitzunehmen. Hab überhaupt erst mal das Ziel, Vertrauen zu schaffen. Und wenn du das Ziel hast, Vertrauen aufzubauen, dass die Kunden dir vertrauen können, dass sie ihre Immobilie in deine Hände legen können, dann wird auch wesentlich leichter klar, was ich meine, mit den richtigen Werten unterwegs zu sein und ethisch korrekt zu handeln. In einem meiner letzten Videos habe ich eine negative Schlagzeile behandelt, einen negativen Kommentar, der viral ging, der über Immobilienmakler schreibt, dass man einen Immobilienmakler niemals brauchen würde und dass Immobilienmakler doch gar nicht benötigt werden. Man kann ja für 30 Euro einfach ein Inserat schalten. Also wenn dich das interessiert, schau gerne nochmal in meinem YouTube-Channel, da kannst du dir auch meine Stellungnahme zu diesem viralen Kommentar anschauen. Und wenn ich jetzt mal schaue, was ist eigentlich für mich ethisches Verhalten, dann bedeutet das ausnahmslos, dass ich ehrlich bin, dass ich transparent bin, dass ich zeige, was ich an Aufgaben erledige, was meine Verantwortung ist. Also das ist auch etwas, was ganz, ganz viel Vertrauen auch gibt, wenn ihr sagt, ich bin dafür verantwortlich, dass wir aus der Immobilie das Bestmögliche rausholen. Oder ich bin verantwortlich für den erfolgreichen Verkauf von Einfamilienhäusern im Ortsteil Möbock. Oder ich bin verantwortlich dafür, dass sie sich zurücklegen können und ich am Ende des Tages ihr Objekt zum Notar bringe. Also wirklich einfach mal die Verantwortungsfrage für euch selber klären und dann aber auch aussprechen. Dieses Wort Verantwortung übernehmen und Verantwortung abnehmen ist etwas, was einem Eigentümer unwahrscheinlich Erleichterungen gibt, weil er sagt, oh, wow, ich brauche das selber nicht mehr verantworten. Und ich denke, wenn ihr das schlüssig und glaubwürdig hinbekommt, wird es viel leichter sein, Aufträge zu generieren. Auch die Menschen, die erst am Anfang stehen, noch gar nicht viele Immobilien verkauft haben, auch die Leute werden auf Eigentümer etwas an Professionalität, an Vertrauen ausstrahlen, was sie so vielleicht bei anderen Immobilienmaklern noch gar nicht gesehen haben und deshalb auch die Meinung hatten, dass es so viele schwarze Schafe gibt oder Immobilienmakler, die fürs Nix tun oder Schlüssel rumdrehen, ganz viel Geld bekommen. Wichtig dafür ist, dass du Transparenz gibst in allen Phasen der Zusammenarbeit. Also das mache ich intuitiv, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren richtig. Ich erkläre dem Eigentümer oder meinem Kunden grundsätzlich immer, was wir tun, was wir aktuell hinter den Kulissen machen. Denn das sorgt dafür, dass er ein Vertrauen hat in deine Arbeit und auch wenn er nichts von dir hört, dass die Trommel, dass die Werbetrommel weiterläuft, dass generell der ganze Vermarktungsprozess weiterläuft. Und der Punkt ist ja, er kann es ja nicht wissen, was du aktuell machst. Und ich hatte tatsächlich letzte Woche mal wieder den Fall, dass ich einer Eigentümerin nicht die ganze Zeit fortlaufend berichtet habe, weil ich so das Gefühl hatte, ach, die weiß ja, wir sind seit vielen, vielen Jahren per Duo, wir sind, man kann sagen, befreundet, wir machen ganz viele Projekte zusammen, alle Projekte, die sie selber macht, haben wir. Und dann dachte ich irgendwie, ich kann mich ja darauf verlassen, dass sie weiß, ich bin ja aktiv. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe dann eine ganz, ganz bitterböse WhatsApp bekommen und sie hat gesagt, ja, ich habe mich jetzt nicht mehr gekümmert und sie würde das dann gerne einem anderen Makler geben, wann ich denn mal die Schlüssel vorbeibringen könnte. Ja, und das ist rein daraus resultiert, dass ich nicht transparent war mit meinen To-Dos, mit meinen Aufgaben, die ich in Bezug auf Ihre Immobilie erledigt habe oder auf Ihre Immobilien. Es sind insgesamt vier Stück oder fünf Stück an der Zahl. Also von daher ist hier der Fehler. Ja, also ihr braucht Transparenz, um Vertrauen aufzubauen, um hier wirklich ein korrektes, ethisches Verhalten an den Tag zu legen. Wenn ihr natürlich sagt, ach, ist mir egal, ich brauche die Eigentümerin nicht, brauche die Objekte nicht, soll sie es doch nehmen. Ja, wenn euch das nicht wichtig ist, alles gut, braucht ihr nicht zu machen. Aber mir persönlich war es total wichtig, dass ich sie als Freundin weiter behalte, dass ich sie als Kundin weiter behalte und dass wir jetzt die Objekte gemeinsam zum Abschluss bringen. Also ich habe dann erst mal tausend Dinge erklärt, die wir so gemacht haben, die ich Ihnen vorher nicht gesagt habe, weil ich ja davon ausging, wir arbeiten schon so viele Jahre zusammen, dass sie das weiß. Aber natürlich, der Fehler liegt bei mir. Und sich dann aber auch zu entschuldigen. Ja, also was habe ich gemacht? Vielleicht für diejenigen, die dann wissen wollen, wie kommt man denn da dann wieder raus? Ganz klar, ich habe das tief in meinem Herzen bereut, dass ich ihr das nicht gesagt habe, was alles momentan ansteht, welche Entscheidungsprozesse gerade laufen, worauf wir gerade warten, welche Termine stattgefunden haben, wo wir schon in Verhandlungen stehen und so weiter. Ich habe ihr gesagt, dass ich es absolut bereue, dass ich da einen riesengroßen Fehler gemacht habe und habe ihr auch die Hintergründe erzählt. Also erst mal beruflich, aber ich habe ihr auch noch mal so ein bisschen persönliche Dinge erzählt und die ganz offen und ehrlich mit ihr geteilt und da auch eine gewisse Schwäche gezeigt, die ich da einfach hatte. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass sie auch sich entschuldigt hat. Und ja, am Ende, als hätten wir uns persönlich gesehen, ich glaube, wir hätten uns einfach in den Armen gelegen und hätten einfach nur geweint, dass alles gut ist und dass wir dankbar sind, dass wir uns haben und dass wir so toll zusammenarbeiten. Also, das heißt, ich hoffe, da sind ganz, ganz viele Learnings jetzt für dich drin gewesen, die man sehr gerne auch einfach komplett kopieren darf, um in Zukunft einfach auch dieses Vertrauen zwischen euch und den Käufern, Verkäufern weiter auszubauen und auch einfach als Immobilienmakler-Community so eine positive Strahlkraft zu haben, dass wir auch für Fehler einstehen, dass wir für uns einstehen, dass wir für unsere Kunden einstehen und da einfach ganz, ganz viel Positivität reinbringen. Ich denke, das tut der Branche unwahrscheinlich gut und generell im Verkauf. Wir können uns alle so toll verkaufen, aber, was die wenigsten können, ist, dass man sich auch mal entschuldigt, ja. Und ich bin mir sicher, dass auch ihr alle Fehler da draußen macht und dass es vielleicht sogar mal Situationen gibt, wo ihr sagt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich werde es anders verpacken, anders verkaufen und dann geht das schon. Ich sage euch eins, das ist keine langfristige Methode, um echtes Vertrauen, eine echte Zusammenarbeit, eine echt gute und tiefe innige Kundenbeziehung aufzubauen. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt und da geht es um professionelle Weiterentwicklung. Eben ging es ja eher so um diese persönlichen Dinge, auch um Kommunikation etc. Aber jetzt geht es um die professionelle und fachliche Weiterentwicklung. Schau einfach, dass du dich immer wieder weiterbildest, weiterentwickelst, gerade in den Sachen, wo du merkst, da ist ein echt großer Engpass, der dir aber einen riesen Hebel bedeuten würde. Wenn du zum Beispiel merkst, oh, dieses ganze Thema Energiewert, Gebäude, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, Klassen, wie du es hinbekommst, dass eine Immobilie energetisch gut funktioniert, wenn du merkst, das ist ein Engpass von dir, dann solltest du dich da weiterentwickeln. Wenn du merkst, und das habe ich einfach für mich festgestellt, das könnte jetzt ein riesengroßer Hebel sein, um viele Menschen da auch wieder in die Immobilie reinzubringen, weil ich finde, dass in den letzten Monaten das Produkt Immobilie komplett schlecht behandelt wurde und ins negative Licht gekommen ist. Und deswegen ist es unser Job als Immobilienmakler jetzt Immobilien wieder zu verkaufen, das Produkt Immobilie als solches wieder positiv zu benennen. Und dafür braucht es Lösungen. Dafür brauchen wir auch Immobilien, dafür brauchen wir das ganze runde Thema Energie, wie wir das hinbekommen, welche Heizung brauchen wir, was ist wirklich nötig, was ist vielleicht gegensätzlich, wenn ich ein Objekt komplett einpacke und dann fängt es an zu schimmeln, ja, dass ihr da wirklich Know-how euch aneignet. Wenn du der Meinung bist, das ist für dich ein Engpass und gleichzeitig ein riesen Hebel. Ich sage nicht, dass du jeden Fehler, den du machst oder Dinge, die du grundsätzlich nicht so gut beherrschst, dass du die alle irgendwie draufkriegen musst. Nein, ich sage nur, Dinge, wo du merkst, da ist ein Engpass und du hättest einen riesen Hebel dadurch, wenn du dir das aneignest, da darfst du dich auch gerne mit beschäftigen. Genau, darum ging es mir auf alle Fälle. Wenn das für dich interessant sein sollte, wir setzen ja jetzt alles, auch im Coaching, um das Thema Energie und Immobilie. Also da ist ganz, ganz viel Wissen und Mehrwert drin und das kannst du auch sofort anwenden als Immobilienmakler da draußen, wenn du im Tagesgeschäft unterwegs bist, Immobilien auch wieder verkaufsfördernd darstellen möchtest, dann geht es natürlich sehr, sehr gut, indem du gerade solche Dinge beleuchtest in deinen Exposés, in deinen Objektbesichtigungen. Genau. Wenn dich das interessiert, klick einfach mal rund ums Video auf den Link oder geh auf www.vanessa-wenk.de Da hast du die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen mit jemandem aus meinem Team und wer weiß, vielleicht können wir da schon deine ersten Engpässe sprengen und die ersten Hebel für dich rausfinden, damit auch du kurzfristig, aber auch natürlich nachhaltig Erfolg in der Immobilienbranche hast. Okay, ich hoffe, ich konnte dir heute aus meinen persönlichen Geschichten Mehrwert bringen und du konntest da einiges mitnehmen und einfach so ein bisschen abkupfern. Wer weiß. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss.